Wir haben das Experiment gewagt und Ketchup fermentiert und heute werden wir das Ganze mal zeigen und auch probieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist kein Schimmel, es ist Hefe und die haben wir ein bisschen beiseite geschoben. Sehr probiotisch. Also, wieder erwarten, schmeckt es sehr gut. Es schmeckt echt wie Ketchup, nur halt eben etwas fermentiert. Der Geruch war auch ein bisschen komisch, so ein bisschen alkoholisch-hefig, aber so schmeckt es gar nicht. Schmeckt total gut. Du solltest es wirklich mal mit dem Tofu probieren. Super. 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 Vielen Dank.